Das kannst du mir doch nicht antun. Will ich auch nicht, aber du weißt, welche Tür das jetzt ist. Ja, ich will aber dennoch zweimal durchspringen, damit ich den Pilz bekomme. Ja, klar. Das war knapp. Kannst du jetzt noch gleich in die erste Tür reingehen? Das war geplant. Ja? Kau. Oh nein. Oh nein. Pilz, 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 pilz. Was war die eigentlich wegen Minecraft jetzt? Machst du das überhaupt noch weiter oder nicht mehr? Derzeit ist Winterpause, wird doch gesagt. Winterpause ist echt super bei dir. Warum? Können wir den Super für was anderes nutzen? Was denn? Keine Ahnung. Ja. Material Energy 4. Können wir ja machen. Hm? Oh fuck. Die war's, hab ich noch. Ja, jetzt war die mit dem Leben. Ja, das nehmen wir auch mal mit. Ich will mir doch den Pilzapol nochmal. Ja, dann machen wir Telegener 4 drauf, mein Gott. Ey, Server Daten behalten. Kannste aber. Ja, kann nicht. Muss ich halt nur speichern auf WC. Mehr brauche ich dann nicht machen. Sehr gut. Aber dann können wir ja das machen. Alles machen. Aber wenn wir schon den 2, äh, dritten gemacht haben, können wir auch den 4. die hätten dann machen. Die wär's nicht, die wär's nicht, die wär's. Warum nicht? Warum nicht? Denk dran, der flattert gleich. Ja, ja. Ich flatter auch ne Runde. Meinst du so? Die Arschloch! Ich Suppe, wer schaff, dann auch noch der Arsch. Hau mal Kugel. Bobbaumboubbutbbutbbutb. Buatbopbbutb. sieht da eigentlich da kommen wir jetzt wieder zum anfang hin dass wir jetzt sterben haben wir eine durchgang sicher muss auch treffen schaffen ja ich weiß ich so damit wir nicht mehr durchgehen müssen weil wir uns kennen dass wir noch öfter sterben werden ich weiß gar nicht wo die untere regengängen auf anderen seite wo noch ein tor war das ja sicher das sind klappt hätte man auch in den hammer nutzen können für das zweite schloss mit dem boot kannst du da hin da kann jeder zwei sachen haben wenn man nicht so klau dir das diesmal nicht klar du würdest aber sogar machen ja würde ich machen hey ich darf das mal haben jetzt verlieh ich das auch noch da hast du eh nicht oh wonky und noch stern hallo nein tja war es wohl nicht war so schön ja wir haben ja auch nicht daran dass sie kannst du zweimal schießt ja das mensch spring ist immer zu geil muss richtig drücken dass auch so weit hoch springt schulter kutig kleine mensch in oder machen ist ein schulter kothaufen oder nicht das nächste pilzhaus für die brücken unten sind ich mach dir nur alles gut hier weißt du kriegst alles in poppers ja er holt ihr doch da fällt mir den hammer benutzen können kacke als das bild hast du holen können ist für dich du schwachkopf so sozial bin ich ja und nein aber die sind hier oben ja deswegen ja das ist ja nehmen können weil im turm so sozial ist klar jawohl memory fällt holst du dann ist die märky märky machen märky märky machen ja meinst du ich kann das nicht natürlich krieg ich ich wollte gerade sagen natürlich krieg ich das was ich noch nicht gesehen habe und er drückt immer viel zu weit märky märky machen ist echt super gut dann hol ich es mir eben warum immer was ich sage immer links ich habe deine mitte genommen jetzt ja das ist extrem ich kann solche lebe überhaupt nicht ok wo hast du die wacke denn da kann ich mit der wacke drüber gehen probier doch aus das leben übersprung ich glaub's nicht warum bist du nicht zum boot gegangen ja weil ich nicht gewusst habe dass das funktioniert einfach ausprobieren hat dann im rausgemacht ich glaub's nicht wow kacke ich hab mit der wolke wirklich was anderes anstellen sollen jetzt bin ich wieder da im arsch der welt aaaaaaah ne die hatte ich glaube ich von dem boss davor wir werden mal mindestens ein level überlassen ne mhm ja meistens obwohl die zwei wege sind ein schönes level für dich jaaa dreh dich doch mal wenn das dreht ah war das ein schwein hab ich da ein glück gehabt eben das mich das ding eben nicht getroffen hat wow ich geh da nur leicht drauf und der will mich gleich da rüber kicken also wieder runter kicken schön in die arme ing er ist man bis zum start alles gehen oder ohne clown überall alles offen hier wer soll ihn nimmst ach so weil ich das ja nee denn es macht dir selbst durch 집 England keiner will ich die ganze dinge annehmen die ich genommen hatte das unterlass ich dir nimm doch was und darauf regnet wenn schon denn schon das linke überall ist mario hast du irgendwas getan du hast die bonus dinge genommen ja schon wieder stern kannst du auch darüber springen das geht jetzt aber ich habe er schminkt nicht extrem weit extrem weit springen ich wollte eigentlich in die andere richtung das dinge da lang für den blauen ich weiß gar nicht was das ist da irgendwas drin oder so alles klar egal dieses verkackte spiel aber so wie das eben aus der hättest du den frosch auch wieder bekommen wenn du den noch gekriegt hättest ja verkacktes spiel aber hast das leben trotzdem bekommen ich sehe das ziel jetzt sind wir generell scheißegal weil alles überall steht und ich noch lebe wenn ich sterbe das muss man immer wieder so ein level für mich klein lecker kleine leute ja weil du nichts gemacht hast vielleicht fünf mal machen würdest toll ich darf jetzt sieben machen kacke ich hab schon nicht gemocht deswegen bin ich auch nicht hingegen einfach durchspinnen warum hast du dir eigentlich eben nichts genommen was ist reingerutscht ja dieses spiel im reinrutschen ich nehme gleich den stern hier durch die röhre weil dann lässt du mich da bei der röhre wieder raus und kann auch schnell der tod lauern elektro qualle elektro täte ich musste mich mal wieder nach oben alles gut so schnell da oben ja aber die quallen sind nervig ja genau aber weiter komm ich nicht hoch aber was haben wir da ich habe mich runter zu drücken du hast du da wollen wir ein bisschen quallen fischen quallen fischen das ist richtig guck mal nicht soviel's anspacke oh 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 ich glaube ich glaube es nicht ich glaube es nicht er hat ein level geschafft einfach so zwischendrin okay so noch nicht oben immer noch oben dicke dich dicke dich ja einfach mal gleich beides verwenden lol hält ja lange an ist ja normal dass das nicht lange anhält warte solltest du nicht laufen springen meine ich ja sicher aber ich dachte ich gehe noch vor die röhre dann springe ich schön ach so ich bin jetzt eine verarsche warum kriegst du immer oh mann weil ich das andere level eh nicht kann und das hier generell auch nicht das ist voll einfach wenn man nicht so schlecht ist wie ich ja gut dann ist natürlich was anderes vielleicht mal oben auf der spitze warten ja dachte ich mir eben auch ach man ich muss immer dieses kacklevel machen jetzt schaffe ich das und danach sterbe ich und dann ist alles weg ja du kleiner judassohn ich habe das gesehen wow noch mann fick dich spiel ja jetzt ist wie alle alles weg geht ja überall ist wieder was hast du es so behindert ja ne egal kannst du mir die Sonne rauskürzen ja hol dir bitte behält hol dir bitte nimm es einfach mit ich habe aber noch einen Stern ja ja aber seh'n sie Blume kannst du vielleicht den gummischen Fisch da weg machen mit was machst du das dann nehm ach kassier doch gleich alles ab halt verkehrst du weißt du könnt ihr mir was zu essen holen ne 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 ich glaube nicht toll das ist ein Fliegenpilz gewesen ne 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 Fliegenpilzblume ne Fliegender Flashpilz ne naja naja jetzt darf das Level ja machen ne ja da darfst du das Level mal machen ne oh nein das ah du hast das toll gemacht ja ne warum warum nein nein Ah, da war er ja weg dadurch. Ich hab mir das Ding erstmal genommen. Also das ist das, was du machen konntest, mit dir das teilnehmen. Ja, auf den Weißblöcke. Achja, diese Dreckssäcke hier. Ah! Ich habe schon nichts gesagt, ne? Ich habe nichts gesagt, aber... Ja? Nein, nein, nein. Ach, Mann! Komm, Stea! Hey, wie klappt das nicht? Hey, wie klappt das nicht mehr, ne? Ne, irgendwie will das mit dem... Wenn man es passen macht, will das nicht. Ja. Du bist so ein Irrer. Ein Irrer, Irrer, Irrer. Aber ich hab nichts mehr. Hm. Warum auch wohl? Das weiß ich auch nicht. Damals ich dachte, ach, setz ich mal alles ein. Die Jolo! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh, mach mal! Mama? Kannst du das Ding noch nehmen? Ne. leck gerade bei mir wahrscheinlich auch hat ganz den block nehmen und dann dagegen wollte ich wollte die Bis zum nächsten Mal.